Ich rauch mal zu, den können wir langsam nutzen. Ja. Sonst muss ich hier weiterhin den Bieter mich ein bisschen frönen. Schade, dass die Pferde nicht mehr tanzen, das wär cool. Die Mädel mit ihrem Schweif. Ein bisschen. Da hinten wisst ihr, der macht's richtig. Jetzt oder auch? Tja, da hat ein Schlaffen, lass uns jetzt machen. Ich würde das schwarze Pferd nehmen, das ist schwarze, das ist dunkelbraun. Ja, das stimmt. Aber ich kann auch drin stehen. Jetzt kommst du auch nicht mehr raus. Ich doch, ich komm hier aus dem Arsch raus. Oh Mann, aber dein Pferd stimmt nicht. Ja, ich glaube, ich leg hier jetzt einfach mal los. Ich glaube, zeitlich kommt das auch so langsam hin. Dann darfst du wieder kurz sein. Dann willkommen zurück zu The Last of Us, in der Remastered Edition für die Playstation 4. Ein weiteres Mal, immer wieder Montag, wie letztes Mal, endlich unseren kleinen Bruder Tommy gefunden, der eigentlich beschlossen hatte, die kleine Göre Ellie aufzunehmen und sie in Fireflies zu bringen. Aber anscheinend hat Ellie ihre Tage bekommen oder auch einfach nur sonst irgendwie keine Lust, das Ganze über sich ergehen zu lassen und ist mit einem von Tammys Pferden geflüchtet. Und so haben wir sie endlich zu diesem wunderschönen Bauernhaus verfolgt. Uns haben sie hoffentlich gefunden, aber ich fürchte fast, wenn ich ihr jetzt nachgehe, man vermutet sie jetzt im zweiten Stadtwerk oder dritten oder wieviel auch immer das Haus hat, dann habe ich das Gefühl, wird es eine böse Überraschung geben. Aber schauen wir uns erstmal unten um. So viel zum Vorwort. Aber auch noch eine Runde. Gehen wir mal weiter. In diese wunderschön eingerichtete Küche plus Esszimmer. So eine Küche möchte ich wieder auch haben, wird so eine Kochinsel, ne? Ja, das sieht cool aus, das stimmt. Aber da musst du, glaube ich, fast, um so viel Platz in der Küche zu haben, du kannst nicht scheißen. Kann ich doch. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Dann darfst du mir nachher einmal bitte deine Dubloben ins Gesicht koten. Also eigentlich scheiß ich nur Kronen. Ja, und das ist mir auch echt... Du kannst ja unten tauschen. Im Euro. Das mache ich auch. Okay, gar nichts. Aber nur norwegische Kronen, ne? Und pro einmal Kacken kommen 100 Kronen drauf. Das ist schön. Ist aber nicht ganz so viel, musst du dich abteilen, dann hast du den Euro-Wert. Ich dachte immer, Money Shot wäre was anderes. Und wie leise diese Tür jetzt ist, ne? Unglaublich. Haben wir eigentlich kein Bromanspiel oder so? Achso. Doch, es ist nur sehr, sehr ruhig tatsächlich auch. Genau, du musst noch unsere Getränke immer austauschen. Ja. Und dank Vorbilder sind es, es ist nur Wasser. Hm. Stauber nicht. No, ich hab da mein Hochschul verloren. Geben wir mal wieder ein. Ja, Ali! Ich gebe ans nächste Stockwerk in der Raffung, Ali zu finden. Ja, hier sieht eigentlich alles ganz nett aus. Im Gegensatz zum Rest des Spiels, wo alle so gut mir und überwachsen und hast nicht gesehen waren, hier könnte man fast wohnen. Aber ich hab trotzdem immer noch ein richtig, richtig mieses Gefühl. Ich hatte gerade keine dazu wühlen, weil ein anderes Bier liegt, der mich auch gewonnen hat. Ja, das ist okay. Kennst du eigentlich Club Martin? Ja. Ja, das Hilfstergetränk, das kennt man. Das ist voll ekelhaft. Ich mag's auch nicht. Wie kann man das trinken? Das schmeckt nach Scheiße. Nein, ich hab einfach Pferdepisse oder so. Da bin ich ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, wie jetzt da finden, dass das Ambrosier ist. Ambrosier ist. Es hat auch, glaube ich, ganz schön viel Koffein. Also wenn man wach bleiben will, ist das, glaube ich, nicht so schlecht. Daher ist es, glaube ich, so kein Wunder, dass es mir so von Studenten getrunken wird. Ja, Kevin sagte irgendwie, das wäre so das Informatikergetränk. Ja, das ist eher das Hilfstergetränk. Okay. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs, Filme. Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Na? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedanke besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele beinahe Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Am Schwein bringt... Weißt du, ich bin nicht sie... Maria hat mir von Sarah erzählt... Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was für Lust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Du schaffst das, Angel! Na, geht denn los? Na los, zeig dich! Die haben meine scheiß Pferde draußen gesehen und sind hier natürlich sofort nachgelaufen. Das brauche ich natürlich jetzt noch eine Schießerei hier. Ich bin Batman! 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 Habe ich geglaubt! Ich bin Batman! Oh, verdammt! Außer es war jetzt nicht Batman! Außer es war jetzt nicht Batman! Oh, Medikatz habe ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich wird er mich auch keine machen lassen. Du meinst, das war nicht gerade in Ruhe. Ja, ich glaube mit einer Schusswunde, wie der von eben, ist auch nicht zu schocken. Das war nicht schlecht! Das war nicht schlecht! Das war nicht gut! Ja! Wenn ich dir sagen soll, dass ich an dieser Szene auch öfter verkackt habe. Ja! Ne, das ist ja die Schwierigkeit gleich! Ich bin da eingestuft! Ich glaube tatsächlich, ich bin gerade ein bisschen unvorsichtig an die Sache gegangen. Ernt auch jetzt. Aber ich habe das eben auch ein bisschen blöd gemacht mit dem Attentat. Das hätte eigentlich viel besser laufen können. Es lohnt sich jetzt übrigens die Chance, um eben ein Medikatz zu bauen. Mhm, fangt auch nur eins. Genau, das reicht aber auch für den Anfang. Er kommt. Ja, ich kann die Waffe tauschen. Mhm. Hälfte jetzt auch geraten. So ein 2 habe ich gerade umgelegt. Mhm. Ich meine, das Haus ist auch nicht unendlich groß. Hast du dich hier oben schon komplett umgesehen? Im Prinzip schon. Ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht doch irgendwas übersehen haben. Oh, da gibt es noch was. Schöne Dusche. Oh, da kann man auf jeden Fall wieder duschen. Ich bin mir mal sicher, wir werden hier nicht wieder abhauen, weil das Haus einfach so schön ist. Mhm. Genau, dafür lassen wir einfach da bleiben. Ich meine, wir werden wir danach noch zurück in irgendeine verkackte Krügel gehen. Ja, das war da auch im Schlagn. Da habe ich auch nicht noch, nix. 2 Enden Snacken, das war gut klar. So. oh hier oben wie viele sind das? da ist einer da ist einer ok 3 sind jetzt auch nicht unendlich viele die sind das ist richtig? Oder schläft er noch? Ja er schläft. Ich hab ihn betaut jetzt. Schleit den zwei Typen aneinander vorbei. Da kommt ein Produkt, oder? Ja. Dann kannst du gleich mal wieder einkommen. Oh nein, weiter. Tja, so. Oh, verdammt. Da kommt ja nichts direkt hinterher. Oh, schön ins Gesicht getrieben. Ist doch einer davon, ne? Ist das schon mit der Audiennes hier? Oder ist da noch einer? Okay. Alles sauber. Schöner. Hör dir raus zu dem Pferd! Ja, irgendwie hab ich trotzdem dieses Gefühl. Ja, irgendwie ist das gerade zu glümpflich. Zu einfach. Maust du Hilfe? Geht schon. Schöner. Und auf in den wilden Besten. Ja, wie schläft ist das hier? Ja ja. Das ist so schlimm. Ja. Das ist so schlimm. Ok. Jetzt sind das nicht so schlimm. das ist es heute machen wir ein kino wo ist dieses labor am anderen ende universität von ost colorado big hord die runter vom pferd bitte tommy ich würde es gern behalten der recht ist na los ich sage es nicht noch mal was hast du vor na ja deine frau macht mir angst ich will nicht dass sie wütend wird tut mir leid dass ich das pferd gestorben er komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden du kennst mich ich bin ein sturer bock universität von ost colorado und wie finde ich dieses labor im forschungstrakt sieht aus wie ein großer spiegel ganz nicht verfehlen was gut auf deine frau auf du bist immer willkommen ok alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar ist ja eigentlich wie eine frucht oder? auch wenn sie los ist das war meinst du das war meinst du das war meinst du wenn man die zehn jahr schafft ist wieder erster angriff mann wie kompliziert man muss es nur ein paar mal spielen dann weiß man das Football? Football. Die Football-Regeln habe ich auch nicht verstanden. Tatsächlich, wenn man die tatsächlich einmal richtig drin macht, dann kennen wir die. Aber es ist so kompliziert. Wir reiten zum Innenhof. Da sollten wir den Campus überblicken können. Früher als Kind habe ich immer abseits nicht verstanden beim Fußball. Inzwischen denke ich mir, wie konnte ich das Kind nicht verstehen? Das ist doch, glaube ich, die komplizierteste Regeln als Fußball. Schwierig auch als Spieler darauf zu achten, ob du abseits bist oder nicht, oder? Ich glaube tatsächlich, wenn du im Fußballspiel zusiehst, sieht das kompliziert aus. Aber im Spiel nimmst du das eigentlich schon relativ gut aus. Das ist mit Nummer einfach das Gewächter zu hören. Und, äh... Die Leute wohnten und lernten hier. Tja, so braucht man doch bestimmt was. Ja, lernen, feiern, sich selbst herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Oh, es wird kälter. Es wird langsam herbst. Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Und dann kommen unsere Geburtstage schneller. Das stimmt. Ich fand es immer schade, um die Herbstgeburtstag zu haben, ne? Alle, die einen Sommergeburtstag haben, können schön grillen, schön warm draus nehmen. Ja, die Leute sind da wohl. Der Feuerfleischmann. Ruhig, Kalif. Das ist Kalif. Aber ich hab noch nach mir gewartet. Ja. Warum willst du es hier durchzulaufen? Was ist denn hier? Nein. Was ist denn daspay? Oh. oh schön 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 ein kleine armada sabon der pilzzombies oder werden der pilzzombies geiles ding oder? burn baby burn würde ich sagen komm ich hab was im spiel sonder genutzt mhm so hier gibt es doch bestimmt wieder irgendeine möglichkeit darauf zu kommen na? um dir die suche schmupps ersparen kalten saft ich will gerne treffe ich versuche mal den strom einzuschalten ich versuche mal den strom einzuschalten das ist irgendwie die richtige mutige total verregelnd oder? ja ein bisschen ich hab bestimmt fünf minuten damals gesucht nach dieser verkackten treppe das ist alles wieder hundervoll hier was haben die denn alle für? die sind da schon hingeräum ne? ich weiß ich glaube aber dass das alles normale sind aber die normalen hauen dich auch ne? ja ich weiß ja gut es ist auch noch besser als sofort selbst in einem pilzwesen verwandeln zu werden mhm oh fuck der hat quasi nötig ja warum regnet das so? irgendwie hab ich nicht das gefühl dass ich mich hier besonders konfliktfrei durchmurbeln kann nein nicht nein nie nein ich weiß nicht nicht nein ich weiß nicht nein erinnere nicht wir nichts und nicht nicht Ich hab mir den Schnapp geschlackt gemacht. Allerdings. Ich finde ihn ein bisschen wie Rainbow. Ah, super. Wow, richtig gut. Es hat sich richtig gelohnt hier. Frauen und Kinder und Nonnen und Blinde niederzumetzen. Behinderte waren da auf den Tisch. Ja, ich bin netzig. War da nicht auch ein Schwarzer dabei? Ja, mindestens. Also, alles vertreten. Ein Schwarzer mit fünf Kindern. Und ein Nazi wahrscheinlich. Ja, weiß gar nicht. Er weiß gar nicht, ob er Nazi ist, aber... Das macht alles wie der Bett. Ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist. Allein im Weltall zu sein? Das wär cool. Schrecke. Ich glaub, das ist nicht schrecklich. Ich glaub, das ist weniger früher als man sich das vorstellt. Also eigentlich der Lust. Ja, der ist nicht mal so. Ach, der ist schon da. So kann es auch so sehen. Wär das geil, wenn man so eine Aufschleifte und der so eine Brust voll durchs Gesicht tritt. Ja, das ist nicht so. Das wird nichts. Joel, bitte. Joel, das wollte Sänger werden. Na gut, das sieht auch eigentlich aus. Als wir da in einer Vollband spielen. Bei N-Sync oder so. Hätte es sicherlich gut angepasst. Nee, ich finde sie aus wie der Drummer von irgendeiner Heavy Metal Band. Ich weiß nicht, das sieht. Eher. Aha. Ja, ich glaube auch. Doch, Staphygrafik auch. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Wir Affen sind eine ganze Horde. Mhm. Wow. Tja. Die Horde rennt. Ich bin mir sicher, dass die Warmgröse wichtig dieses Spiel ist. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Dann geh mal in den Zoo. Ach. Ha. Gibt ja Weltuntergang, ne? Ja. Ich hasse den Namen. Wie hieß der Gaul Talith? Ja, ich glaube, sie haben leider vergessen, den richtigen Namen zu erfragen. Ich glaube, hier muss ich nicht so richtig sagen. Thornton mag ein H. Also ein Buchstabe H. Ja. Nennen wir ihn doch H. Oder Nathan. Anhef ein Track-Stadium? Oder was stand da mal? Tja. Das H wäre der letzte Buchstabe, den ich einsetzen möchte. Ich kaufe bitte ein I. Okay, dann noch mal zurück aufs Herz. Dann gibts doch zu. Du magst das doch zu rein. Ja, fuck yeah. Da hat noch ein I. Wie Ida. Dann haben wir schon ein I wie Ida und ein H wie Heinrich. Oh. Tja. Vielleicht steht doch noch irgendwo Heinz oder sowas. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja. Vielleicht. Vielleicht seid ihr gerade falsch. Tja. Aber das wird einfach nicht in Betracht gezogen. Tja. Ist das wieder ein Sopschill von der anderen Seite? Nein. Wahrscheinlich. So wie das verbogen wie das aussieht, muss es ein Sopschill sein. Da ist noch eins. Der Sopschill der Reis. Na los. Hast du das gesehen? Ich habe ehrlich gesagt nichts gesehen. Jetzt zum Tor. Ja. Genau Mädchen. Mach immer wieder dabei. Bin gleich wieder da. Du auch. Tja. Da war ein Rädchen. Rädchen. Andrin, 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 Andrin. Rädchen. Ach so. Jawohl, ja. Mal gucken. Was gibt es hier zu heute? Eine Notiz. Ein lange Plan des UIC Campus Hammer. Und da hinten ist wahrscheinlich irgendwo das Labor. Ich mag mir das sagen, kannst du eh nichts anfangen, oder? Nicht so richtig. Ich glaube, in diesem Spitzen Naviieren ist das eigentlich relativ überflüssig. Mhm. Okay. Hier kann ich auch noch hoch. Irgendwie gerade mehr. Mehr Fläche und Raum, als ich gedacht habe. Wer das in mir möchte trotzdem einmal vorsichtig gucken. Wenn ich das hier in der Legion-Clicker auf mich warte. Sachen zu holen gibt es da für immer. Oh, Moment. Ich dachte eben schon mal meine Dreieck-Taste zu sehen. Aber das war noch ein grünes Peter Köln. Ein grünes was? Oh, ein richtig gutes Gaming-Setup. Zack, hier bleibe ich. Mhm. Stehen da auch Spielerrahmen? Nee, die hat auf Steam, glaube ich. Aha. Oh. Mal wieder ein bisschen Verwendung für die Taschenlampe tatsächlich. Hier hat auf jeden Fall ein richtig cooler Typ gewohnt. Mit einer halben Schere? Ja klar. Fangen wir die Wochen im Rahmen an. Mhm. Und wieder eine Notiz. Eines Studenten. Was soll das auch anders sein? Ähm. Ach. Zehnter Erster. Neun gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen und Nahrungsmittel gefunden. Doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Berikade im Ostflur. Aber immer noch alles sicher. Einundreiste Erster. Ich habe einen Blick auf eine eher ruhstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. Zehnter Zweiter. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist drei verfluchte Monate her. Also besser als die Mühe. Fünfundzwanzter Zweiter. Cheryl hat gestern draußen gequalt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Mir klingt das wohl gut. Ja, zugegeben. Das kann ich mir auch nur grob ausmalen. Wahrscheinlich streuen er längst als Pilsmonster durch diese Korridore. Es scheint irgendwie so eine Art Studentenwohnheim oder sowas zu sein. Mach du mir das in Anschein. Ja. Da brauchst du noch Klamotten. Es würde mich nicht wundern, wenn ich gleich eine Party mit lauter getrunkenen Leuten finden würde. Schon leer in der Toilette. Überleg mal, die hat noch nie mal eine Tür, ne? Ja. Tja. Die ist ja schon so ein bisschen... Abseits. Oh schon. Das kann eigentlich nur das Beste vom Besten heißen. Auch wenn ich ehrlich gesagt gerne müsste... Was genau? Warten noch. Die Quelle für diese Sporen sind. Tja. Ob du das noch herausfindest? Ach. Hallo. Von Römer. Von Römer. Nach dem Römer.